Blake, nimm dir einen Mann, pack dein Zeug. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding. Sie haben einen Bruder im zweiten Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen. Dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Sollten Sie scheitern, gibt es ein Massaker. Sprechen wir kurz darüber. Wozu? Hier geht's um mehr als nur Befehle. Das ist die deutsche Frontlinie. Halt den Durchbriss! Wenn wir das nicht geschickt anstellen, kommt keiner bis zu deinem Bruder. Ich schon. Es gibt nur einen Weg, das zu beenden. Kämpfen bis zum letzten Mann. Wir müssen weiter! Na los! Da können Sie nicht lang machen! Sie haben den Verstand verloren! Schaffen Sie es nicht rechtzeitig, verlieren wir sechzehnhundert Mann. Darunter Ihren Bruder. Viel Glück! Viel Glück! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020